This picture is framed different. Rachel is awake and fucking furious. Rachel has passed out and she has something in her mouth. What happened to her? This shot is so staged. I can't believe it's real. I can't. Is this Rachel and Kate? Because this is Rachel, but this is behind. This is Kate, or? I can't see it. I can't see it. Kate looks so doped up. At least Kate was asleep through all this bullshit. Das sieht total gruselig aus. Vor allem in ihre Augen. Warum macht man sowas? Oh yeah. School suspension is a deal breaker in the Prescott family. Let's see what's in here. Oh my god. No. Ja gut. Die haben es irgendwie auf ein paar Leute abgesehen. Und was ist das zum Geier? Warum hängt man sich sowas auf? Das ist eine originales Zeugelstelle. Das passt perfekt in hier. Ja, das passt echt perfekt hier rein. Das ist einfach nur ein gestörter Raum hier. Ich möchte hier einfach nur raus. Aber ich würde sagen, wir gehen echt hier raus. Weil Chloe hat ja irgendwie einen Platz vom Schrottplatz wiedererkannt. Also folgen wir ihr mal. Chloe, slow down. Wait for me. I know exactly where I'm going. I know exactly where I'm going. Look, this is it. This is it. Are you going to help me, Max? Chloe, stop. Look. Please, no. Let's smell. Rachel. Is this Rachel? Rachel, no, no, please, not her. Warum? Nein, jetzt... Oh man, warum ist das Spiel so gemein? Konnte man das ändern, dass sie nicht stirbt? Ich bin sorry, Chloe. Ich bin so sorry. Ich liebte sie so viel. Wie kann sie tot sein? Was für ein Weltkrieg macht das? Wer macht das? Ich weiß jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll, weil... Ja. Das ist jetzt echt... sehr, sehr, sehr scheiße gelaufen. Kann man das irgendwie ändern? Ich möchte nicht, dass sie tot ist. Und das ist Ray wieder. Nein? Und da, ich weiß nicht... Ja. Und jetzt ist Party oder was? Sieht fast so aus. Na geil. Ja okay, nimm seine Knarre mit. Das ist keine gute Idee. Die kriegt verdammt Ärger, wenn sie jetzt Nathan erschießen will. Was sind es, sind es? Sind es zwei Monde? Monde? Was ist die Mehrzahl davon? Keine Ahnung. Warum? Hat jetzt alles mit Zeit zurückdrehen zerstört. Ja, der sieht auch so aus. Nathan ist richtig gestört eigentlich. Ich glaube mehr als ein halbes, so vier, fünf Stück. Ich glaube, Chloe ist jetzt angepisst, dass wir jetzt ein Foto machen und so. Genau, das habe ich mir gedacht. Ja, dann... Tschüss. Den legt der gleich. Der kann ja nicht mehr gerade laufen. Und wir gehen jetzt in die Party oder was? Hi, kann ich deinen Kode oder was? Nein, ich habe keine Tablet mit Katkeken gesehen. Ja, wir machen jetzt Party. Okay. Hey, Stella. Sag ich doch. Da gebe ich ihm recht. Oh, Chloe. Oh, Chloe. Hey, man muss doch nicht cool an einer Schule sein, sondern gewildert. Also vor allem auf einer Fotoschule. Und dann ist ja gut. Gibt es noch andere Leute, mit denen ich reden kann? Okay, nein, wir gehen einfach jetzt mal rein. Das kann ja super werden. Boah, es ist stressig. Das ist voll die LED-Party hier. Ich warte nur, dass der Fernseher gleich explodiert. Oh, mein Gott. Aber die Musik ist eigentlich ganz gut. Ah, chillig. Hey, hier ist Courtney. Hi. Warum? Trinkt sie alleine? Keine Ahnung. Egal. Und schon wieder fällt sie in den Pool. Tschüss. Na Spaß, wir müssen sie wieder retten. So. Gib die Seite. Ich hab... Lyssa! Inferno! Ich bin auf! Woah! Natürlich hast du mich zu retten, um mich von einem anderen humiliatenden Moment zu retten. Danke, Max. Ich bin auf! Ich bin auf! Es ist ein bisschen... Hörntot, glaube ich. Die... Oh, solche Idioten! Hier ist auf jeden Fall was los Türsteher Wow, Victoria ist so nett zu uns Das ist so ein Ja, wenn Courtney eigentlich da sein sollte Dann reden wir mit Courtney Kann doch nicht sein, dass die uns nicht reinlassen Geht alle weg von mir Jetzt lass mich da rein Was ist Max Caulfield doing At a Vortex Club party It really must be the end of the world Get it? But seriously, like what do you want? I didn't want to be alone tonight Actually this week So I thought it'd be nice to hang out In the VIP section Yes, it is very nice If you're in the Vortex Club Which you're not And will never be So excuse me Great plan Max Time to find another way Into the VIP section Genau du Du Idiot Wir finden einen anderen Weg Das ist bestimmt viel cooler Die haben alle so leuchtende Armreifen Nimm dir doch einen mit Ich mag die Wir waren hier schon überall, oder? Da geht's doch wieder raus Oder auch nicht Wo bin ich denn hier gelandet? Boah, aber diese Lichter Die sind echt anstrengend für die Augen Das hast du toll gemacht Renn weg am besten Renn einfach nur Renn einfach nur Die sieht keiner Renn Renn einfach Renn, renn, renn Oh, die kommen von beiden Seiten Ich wollte einfach wegrennen Aber zurückspulen geht ja auch Egal So, kommen wir trotzdem durch Oh, ich hätte nicht so weit zurückspulen sollen, ne? Oder ich hätte einfach nur durchgehen sollen Das tut's auch Aber jetzt gehen wir wieder raus, oder? Ah, ne, wir kommen rein Okay Okay So, geht's So, his ass has to be here tonight So, play I heard they wouldn't let hate Mark So, Juliet hooked up with Zachary again? She better be careful So he doesn't pull in the revenge Or something Yay, Max! I can't believe you showed up Why didn't you tell me? We could have dressed up together As you can tell by my outfit I was in a hurry Dana, have you seen Nathan around? Hell no I've been dancing with Trevor Come on and dance with us Look at Trevor trying to bust a move You guys look really happy together I think we are He's so different than Logan We actually talked about life And he knows how to be safe I hear you, Dana But I want you to avoid Nathan You can see him, okay? I will I want to have fun I still feel sorry for him He needs help, but not from his family Yeah, well, that's right What do you know about his dad? The description is unique I like the music I really want to hear this I want to hear this I really like Trevor And a skater breath No drama That sounds like a plan, Dana I'm glad Trevor is with you tonight Thanks The boy can not dance so Look at that I know Victoria is next on Nathan's Hitlist Wir tanzen einfach mal mit euch Bam, 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 bam Genug getanzt, tschüss Was ist denn das für einer? So, und wo ist Victoria? Ich hab das Gefühl, wir laufen gerade wieder raus Wir müssen in die Richtung Oh, ich hab das Gefühl, wir laufen gerade wieder raus Ah, hier ist sie ja Hey, du Oh, sie ist so nett zu uns Ähm, wir beschuldigen sie nicht Wir brauchen, wir brauchen Wir müssen sie ja retten Sie soll ja nicht sterben Weil Weil So, warum hast du diesen Video Oh, Gott I swear we weren't even going to do it Wow, sie sieht das irgendwie ein, dass sie schuld ist Mehr oder weniger Also, so ein bisschen trägt sie ja auch die Schuld Aber ich hab's auch verkackt Du bist scheiße Ja, du bist scheiße Nein, jetzt sagen wir nicht Ähm, du hast Talent Ich hab's auch Talent Ich hab's auch Talent Du musst nicht push people out of your way Du wirst nicht verstehen Meine Eltern own eine Galerie Ich weiß, wie diese Art Game muss sich spielen Es ist brutal Nein, es ist Art Du musst sie spielen ihren Weg Mr. Jefferson nicht so sprechen und er ist famous Aufmerksam Max Danke für wiederum dass ich ein Talent Nicht, dass ich immer ich glaube Ich auch nicht Nein, das ist die Entscheidung du hast Hard zu glauben Aber ich habe immer die besten die besten Ich glaube Du denkst, es ist wie wir nicht beherrschst zu sein Freunde? Warum nicht? Wir beide in der Art und Fotografie Wir beide kind of weird und pretentious Wenn wir mit unseren Attitudes dann wir gut Ich almost asked du zu hang out Du sagst meine Fotos Ich habe mich gefragt, ob ich mich auf einmal verraten. Du solltest mich fragen. Es wäre cool, um die Fotos zu verraten. Vielleicht sind wir zu viel geliefert. Du kannst es richtig sein. Max Caulfield, es ist noch Zeit für dich in den Vortex Club. Ich hoffe, es ist wirklich so, Viktoria. Warum sagst du das so? Okay, wir waren jetzt ziemlich nett zu ihr. Sie war nett zu uns, mehr oder weniger. Wir waren sie. Sie soll nicht sterben. Hat sie nicht verdient. Er ist ziemlich gefährlich. Er möchte alle umbringen. Ja, weil er ihm sicher ist. Ja, das ist der doch auch. Ich glaube ihr einmal, auch wenn du sie hast. Sei doch mal vernünftig. Ach, Gott sei Dank. Ja. 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 Oh, sie glaubt uns. Das ist toll. Und da ist Chloe. Ähm. 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 Aber, wie es im nächsten Part weitergeht, wie es beim nächsten Mal weitergeht, seht ihr dann im nächsten Part. Bis dann und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.